Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest schon unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Event machen. Heute haben wir wieder eine Mewji-Plus-Kiste und ich hoffe immer noch, dass ich ein vernünftiges Trinket rausbekomme. Ich hätte nämlich gerne das hier in, naja, 410, irgendwie sowas um den Dreh her. Also sprich das aus Freehold. Ich war letzte Woche auch wieder unterwegs und hab einen Zehner im Freihafen gemacht, um vielleicht auch so das Trinket zu bekommen. Und ich hoffe jetzt, dass wir hier ein vernünftiges Trinket rauskriegen. Also drückt mir die Daumen. Daumen drücken und... Ach verdammt, was habe ich jetzt hier wieder für einen Scheiß gekriegt? Einen Gürtel, den brauche ich hier mal überhaupt nicht, oder? Ja, super, ich habe halt einen 425er-Gürtel. Ja gut, das war mal wieder überhaupt nichts. Den können wir so, wie er ist. Komm, den machen wir gleich platt. Nicht, dass ich versehentlich den wieder anziehe. Aber ich habe jetzt Dings bekommen. Wir haben relativ viel Tatan-Residium, 625. Und ich meine für 700, 710, 720, irgendwie sowas um den Dreh rum, kann ich mir dann ein ausgewähltes Acerid-Piece kaufen. Und da werde ich mir die Brust kaufen, weil da habe ich bis jetzt eine, die kack Trades hat. Und ich habe mir schon eins rausgesucht, was sehr gute Trades hat. Heißt, nächste Woche kann ich mir meinen Teil holen. Und da muss ich mal gucken, wie viele es genau sind, ob ich dann vielleicht was Höheres laufen muss als ein Zehner. Weil dann bekommt man auch ein bisschen mehr. Also wenn ihr ein 12er, ein 13er, 14er aufwärts lauft, dann bekommt ihr halt irgendwie 700, teilweise sogar fast 800 Titan-Residium. Deswegen muss ich mal gucken, wie viel ich brauche, dass ich nächste Woche auf jeden Fall mein Item habe. Beziehungsweise, warte mal, wenn ich das alte Disse, kriege ich ja auch noch was raus, ne? Hmm, so könnt ihr es natürlich auch machen. Naja, vielleicht habe ich ja nächste Woche dann Glück und bekomme das Trinket und kann mir die gute Brust kaufen. Mal schauen. Diesmal war es leider nichts. Mich würde mal interessieren, was ihr so rausgekriegt habt. Ob ihr ein bisschen mehr Lack als ich habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.